Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die, die letzten Folgen in der Alpha 14.7. Hoffentlich kommt bald die Alpha 15. Oh Mann, Fleischhammer, geh in deine Ecke. Hallig, für mich meine Damen und Herren, schön sich grüßen zu dürfen. Das ist nicht deine Ecke, verdammte Scheiße. Immer ins Vordergrund rennen. Wir haben einen sehr besonderen Gast diesmal dabei. Und ich freue mich sehr, dass er wieder mit dabei ist, seit langer, langer Zeit auch auf unserem Teamspeak wiederzuhören. Und jetzt mit uns im Spiel in Seven Days to Die in der Runde PvP, der Erko kängt. Hallöchen. Guten Tag. Das ist alles. Mehr kannst du nicht sagen. Kannst du nicht noch ein bisschen ausdrücken. Fakt ist, ich will nicht so viel sagen. Nee, nee, nee. Ich habe aktuell noch so ein bisschen Tonprobleme irgendwie. Genau, anscheinend scheint die Leitung von mir Kokain noch so ein bisschen rumzuspacken. Und deswegen kann es manchmal so Crack-Sounds geben. Naja, wir probieren es auf jeden Fall. Was haben wir gemacht? Zeigen wir euch, wenn wir praktisch ein paar Mal gestorben sind, dann muss man sowieso ein bisschen rumschwäben. Wir haben das Parkhaus in der quasi verlassenen, zerfallenen Stadt umgebaut. Genau, wir drücken auf M, da sehen wir die zentrale Stadt. Und wir haben uns das Parkhaus genommen, haben das außen abgesichert mit Stahl. Deswegen hört sich das jetzt so an. Und wir haben die Zombies ausgeschaltet. Und hätten wir das gar nicht mit Stahl machen müssen, weil die Zombies nicht da sind. Ist ja auch egal. Wir kämpfen gegeneinander im Parkdeck. Wohl wahr. Eine Runde mit AK oder ein paar Runden mit AK, dann wechseln wir die Waffen. Wir haben alle 120 Leben, weil wir die Heal-Nut hochgelevelt haben. Das heißt, wir können auch nicht drunter fallen. Jeder darf sich First-Aid-Kids mitnehmen. Und wie gesagt, eine AK. Ja, dann erfahre ich aus. Ich würde sagen, in 3, 2, 1, go. Boah, fuck, wo war denn das? Scheiße. Hast du ihn echt weggenatzt? Ich hab ihn geholt, ja. Ich bin in die Säule reingebackt. Minjas ist ein bisschen am... Backen. Nee, Fleischhammer ist jetzt... Der ist so erregt, dass er so laut geworden ist gerade. Entschuldigung, ja, ich bin näher reingerückt. Ja. Ja, jetzt können wir euch gleich den schicken Spawnpunkt zeigen. Das ist der Spawnpunkt in Höhe... Gleicher und... Nee. Nur noch wir zwei. Echt jetzt? Hast du Cocaine, Junge? Okay, es geht mir gut. Du bist oben, ne? Nö. Du oben? Ich bin ganz oben, ja. Nur gar nicht, war doch gerade da. Verdammt. Nö. Wenn du nicht gesehen hast, stand hinter dieser Säule da. Ah ja, die Säule. Oh Mann, ey, die fliegenden Reporter wieder hier überall. Ja, von außen. Nee. Oh. Oh yeah, bitch. Nee, Alter, wie viel hast du noch? Darf ich ganz kurz mal was einwerfen? Ja. Alle kurz sehen. Werfe ein. Wir haben eben schon mal eine Runde gespielt. Da habe ich alle getötet. Ach so, ja. Stimmt, ja. Ach so, stimmt, ja. Ach komm. Ich übersetze mal kurz über das Kraken hinaus. Wir haben eben eine Runde gespielt. Da war das so, dass der Server geleckt hat wie die Sau, weil wir die Zombies unten an hatten und die haben uns hier irgendwie belästigt. Cocaine hat sie alle getötet. Nur so. Ach guck mal, ich habe meinen Rucksack tatsächlich da unten verloren. Wollen wir mal im zweiten Stock starten vielleicht? Ja. Das ist die Option, dass er nach unten oder nach oben geht. Genau. Ja, genau. Ja, ist ja nice. Ach so, aufleveln. Ich habe meinen Rucksack tatsächlich verloren. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich habe doch einen Debug-Mod endlich anhand gehabt. Ich habe doch den Demog. Ich auch. Komischerweise. Komischerweise. Nein, ich sage ja, das macht nichts. Okay, dann mache ich wieder aus. Ja, ich habe vorher gar nicht verloren. Ne, ich habe auch Angst, dass ich irgendwie auf G komme. Dann ist der Gottmode wieder an und das ist auch wieder doof. Du hast da angeschrien und cheater. Na, wo dann? Kannst du mich von hier sehen, oder was? Ja. Das ist auch nicht die Möglichkeit. Du könntest dich auch direkt abknallen. Ja, ich habe dich schon. Abgeknallt? Ja. Und ich sehe auch Cocaine direkt. Das ist doch kacke so, Alter. Oder ihr geht einfach an die Wand am Nachsten so. Okay, geht los? Du meinst es nicht. Warte, ich bin da unten. Ich habe meinen Rucksack geholt. Moment, Moment. Ja, wir müssen als nächstes nehmen wir eine andere Waffe. Die AK ist zu fies. Die ist echt hart. Die Ambrust. Die Ambrust. Oder ein Bogen. Ambrust finde ich besser. Ambrust ist cool. Okay. Wo ist denn hier noch Platz? Dahinten ist noch Platz. Wieder in den Ecken, oder was? Naja. Das ist hier immer ein Scheiß. Ja, ich muss hier stehen, sonst kann ich gleich vielleicht schon mal am Achten aufs kommen. Ich muss hier stehen, sonst kann ich mich hoch. Okay, ich habe meine Ecke. Okay. In drei, zwei, eins, los. Kann das Auto eigentlich direkt hochgehen hier? Nein. Da war jemand. Ah, shit. Warum hast du nicht geschossen? Hast du geschossen? Ja. Okay, aber er hat auch geschossen. Aber ich habe mich getroffen. Ist es wieder nur Kokain und ich jetzt, oder wann? Bissolide. Boah, das war jetzt. Ich glaube, vier Schüsse, aber mehr hält man hier aus irgendwie. Nee, das ist, die AK ist einfach zu hart. Ich bin's, ich bin's. Ich fliege außen. Wenn ich fliege, bin ich's. Das ist die Fleischermann. Oh, ich gehe mal aus. Ja. Das gibt es doch nicht. Boah, sehr gut. Das war einfach unfair. Das gebe ich gerne zu. Nein. Nein, das dich gestört hat. Also, machen wir die AK raus, oder? Ja, wir sollten, wir sollten die AK raus. Was nehmen wir noch? Wir könnten Schrotflinte geben. Oh, Schrotflinte ist eine gute Idee. Treffen wir uns oben zum Schrotflinten fassen. Abtausch. Abtausch, ja. Shotgun, wieso gibt's den ja nicht hier? Shotgun. Machst du uns lila? Ich schau gerade mal. Vielleicht Sort auf oder so? Nein, weil die Kurze, die Kurze schon nicht. Immer die Kurze oder die Lange? Okay, dann machen wir die Kurze. Und keines Lacks, oder? Dann machen wir ein bisschen. Einigen bei uns auf Grün oder? Ich habe hier Blau. Ich habe vier Blaue. Mach vier Blau, komm. Na gut, wenn du die hast. Ich habe eine 439 Blaue, würde ich jetzt einfach mal nehmen. Nee, ich habe alle gleich. Achso, okay. Wie kannst du das machen? Achso, weil du immer mehrfach auslämst. Du kannst dann immer mehrfach nehmen. Wo bist du? Kommst du hoch? Da. Ja, ich bin hier. So, so. Einmal. Für den nächsten. Wie der gleiche aufgenommen jetzt? Wie jetzt? Jo, ich habe eine. Ich habe nur eine. Okay. Ich habe nur eine. Du kriegst auch nur eine. Und hinter dem. Und Munition. Na gut, können wir uns ja selber raus holen. So. Ähm. Ähm. Shot. Shills. Shills. Oder Slug. Nein. Shills. Okay. So, überpowered. Oder what? Gut. Okay. Machen wir unten. Sie können doch mal unten zwei spawnen. Und oh, ganz oben zwei spawnen. Oh ja, finde ich gut. Das ist auch eine Idee. Oben und. Ich gehe ganz runter. Zweite Etage und unterste. Ich bin ganz unten. Und dann jeweils. Gegen. Also entgegengesetzte Ecken. So. Halt. Ja, wir haben uns ja nicht getrackt, von daher ist ja egal. Ja, stimmt. Ich gehe mal laut. Also der geht jetzt hoch, der geht runter. Ich bin ganz unten. Zweite Etage. Ich bin ganz unten. Ich bin ganz unten. Ich bin ganz unten. Richtung Nordwesten in dem Dings. Ich bin auch Richtung Nordwesten. Ich gucke. Dann starte ich hier. In den Osten. Ja. Das machst du nicht. Dann stehst du vor. Jetzt pass auf. Das findet er garantiert nicht. Ich bin hier. Nee, da nicht. Was? Nein, nicht. Na, mir gegenüber. Okay. Na ja, quasi gegenüber. Quasi. Okay. Wir sind bereit. Gut. In einem Moment, ich muss erst hochreißen, sehe ich gerade. Kurz gucken, ob H wieder aus ist. Ja. Nur kurz hochhalten. Ich bin ein Medikid lang, leider nicht mehr. So, ich nehme mir nochmal ein Medikid raus. Medi. Quatsch, heißt ja nicht Medikid. So ein Blödsinn. First. Ah, Kokain ist genau über mir? Okay, alles klar. In drei, zwei, eins, los. Wo war sie? Boah, ich bin erschreckt. Ich habe keine Munition drin. Wieso hast du keine Munition drin? Es ist nicht geladen gewesen. Es ist nicht geladen, ich habe mir bein gebrochen. Ich habe mir bein gebrochen. Wir haben uns gleichzeitig getötet. Echt jetzt? Ja. Ist das toll? Nein. Ich habe die Beine gebrochen. Ja, das ist schön. Das ist krass. Mach was Neues. Oh man, ich dachte, ich mache mal schnell hier. Ah, süß. First Aid Kid hat nichts gebracht. Ich bin gerade Medik-Level aufgestiegen. Was habt ihr für ein Level in der Shotgun? Ja gut, ich habe 70, ne? Ja, dann müssen wir das auf 100 bringen gleich. Ja, okay. Aber machen wir nach der nächsten Runde. Seid ihr noch am Leben jetzt? Ja. Das ist ein Runde. Ah, tot. Scheiße. Ich komme nachlaufen. Ah, mein. Herrschaftszeiten nochmal. Gott hat er mir. Ist jemand passiert? Der ist bekloppt. Sehr gut. Ah, schade. Oh, die kommt so flint. Scheiße. So. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal das Shotgun-Level nach oben treiben, weil ich habe noch nie mit der Shotgun richtig geschossen. Guck ich mir jetzt wie hier. Ich habe 14, habe ich. Ja, ja. Ich mache hier gerade. Aber wir haben nicht gestorben im Keller, ne? Ja. Aber cool, dass wir uns genau gleichzeitig getötet haben. Ja, absolut. Immer auf den Kopf gezielt, aber. Geht, self. XP. Ich bin auch zu doof. Unknown Command. Haben wir eh vergessen. Was ist ein Shotgun-Level? Gibt es das als Shotgun? Ja. Shotguns, ja. Aber vielleicht sind die dann zu mächtig. Execute den. Macht mal 70 nur, bitte. Ich habe gerade mal 17 gehabt. Ja, mach mal. Ich habe auf 70. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Entschuldigung, ich bin jetzt auf 100. Na gut, das ist nicht schlimm. Ja, aber bist du schon bei 100 jetzt? Ja, ja. Weiß ich aber, ist egal. Ich kriege irgendwie keine XP mehr jetzt. Splattergun. Ja, ja, hangt alles an, ja. Scheiße. Von daher. Gut, machen wir nochmal eine Runde. Jetzt ist es ja fair. Ab jetzt ist es fair. Also, ich bin hier. Okay, du bist da. Dann geh ich gegenüber. Also Nordwesten und Südwesten, ja. Dann geh ich nach unten. Dann geh ich nach unten. Hier bin ich. Falls du mich siehst. Mann, Mann, ey. Wodan und Minja ist hier seit oben. Ganz oben. Wodan und Fleischhauer sind zweite Etage. Genau. Minja ist und gegen. Dann unten. Also Südosten und Südwesten. Äh, Nordwesten. Genau. Ja. Jo. Okay. Gut, nochmal. Zeh da ein. Drei. Und ist schon ganz geladen. Ja. Ja, bitte. Ach, du drin. Danke. Das lag daran, dass ich hier noch die Lampe eingebaut habe. Ja, ja, ja. Ah, eine Lampe hat er eingebaut, was? Ja, ja. Dann ist er wieder, ihr Mordet, ne? Ihr Mordet. Schießt ihr eigentlich aus der Hüfte, oder? Ja, da macht es Sinn aus der Hüfte. Kommt auf die Situation drauf an. Das klingt schon echt irre. Gut. In drei, zwei, eins, los. Da ist doch gar kein Kokain. Verdammt. Oh, neck mich einfach. Oh nein. Oh, einfach zwei Seiten. Ja, siehs. Ich mach doch gar nichts. Ich bin hier hinten geblieben. Level 100 Kokain, weißt du. Nein. Na dann weg mal ab, Staubmähen. Der Abstaub. Oh nein. Hätte nicht springen sollen beim Nachladen, das war doof. Er lebt noch? Er lebt noch? Ich bin extra weggeblieben, Minias. Er ist auch nicht sehr fair. Mal wieder gewonnen. Ja, mal wieder nicht sehr fair. Er hat sich nur... Mal wieder nicht sehr fair. Er hat es nur verwechselt. Mal wieder nicht sehr fair. Hat er schon richtig erkannt. Was ist mit einem fliegenden Start? Was? Naja, wir rennen so im Kreis. Machen wir auch immer Blunderbass machen? Irgendwie war das am besten beim letzten Mal. Ja, okay, okay. Oder Nailgun. Aber Blunderbass hat hier gerade noch am Start jetzt. Ich hab auch noch einen am Start. Hast du für Cocaine eine? Ich hab eine Lila, ne? Aber... Hab ich schon bekommen. Lila, ne? Ja. Lila. Achso, ich hab ihm ja schon so einen... Ich hab 546er. Ja, das ist jetzt auch klar. Minias? Ja. Jetzt macht er den wirklich Sinn. Gilt die als Shotgun? Die gilt als Shotgun, ja. Ich muss jetzt leider meinen Shotgun Level hoch machen. Wie? Auf 90. Echt jetzt? Ja. Ich hab 100. Ich hab 67. Na ja. Na ja. Hallo. Hallo für Punkte. Wer will denn da nach ganz oben? Siehst mich gar nicht. Was machst du da? Ich versteck mich. Gut, hier so weit ist es ja fast egal. Wir treffen uns eh nicht auf die Entfernung. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Von daher... Au. Hallo. Ich bin getroffen worden. Ohne Scheiße. Gut, ich bin... Fert. Das ist Südwesten. Ja. Wo starten wir jetzt? Alle ganz unten, oder wie? Ich bin jetzt im Südosten ganz unten. Okay. Ich bin Südwesten Zweite. Okay. Okay. Ist noch jemand Zweite? Binder, ja, ja. Okay. Zweite? Okay, ist egal. Wir kriegen das schon. Ihr macht das schon. Drei, zwei, eins, los. Los. Hallo? Da hinten bewegt sich was. Wer springt denn hier? Oh, fuck. Au. Oh, 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 oh. Beinbruch. Oh, du bist ganz oben. Der Assi. Nein, da kommt noch einer hoch. Ist doch nichts. Wer ist hier? Hallo? Das Ding ist echt enorm, Alter. Nein, okay, komm. Ich kann nicht mehr laufen. Fuck. Das ist gut so. Alle im Aul. Reparieren, reparieren. Medipack rein. Geht nicht, bei gebrochenem Bein. Ich soll den Medipack bei dem Ding doch lassen, weil ich meine, du hast ja alle Zeit der Welt, dich nachzuhallen. Na gut, das kann aber auch manchmal bei dem, wenn man darunter nicht scheiden, also... Wer lebt jetzt noch? Wer lebt jetzt noch? Wer ist das jetzt hier? Nein. Niemand. Okay, Minus ist hier. Aua, voll in den Arsch. Schweine. Au, sag mal. Wir haben noch grad ein Verbündnis. Nein, weiß ich nichts von. Ich kann nicht mehr laufen. Auf die Entfernung, ne? Ich weiß gar nicht, welche Entfernung man haben muss, dass das irgendwie... ...immensen Schaden von sich gibt hier. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Ja, endlich. Komm her, Minus. Ich komm her. Wie geht's wieder so? Oh fuck, von hinten. Giesel da von hinten. Giesel da von hinten. Nein, das war nix. Die leben noch alle, verdammt der Scheiße. Ah, ihr Schweine. Ich hab keine Muni mehr. Was? Ich glaub, ich spinne. Nein, schau mal. Ich glaub, ich spinne. Ich kann nicht mehr laufen. Minus ist auch richtig. Ich bin gestunnt. Schau mal. Ja. Oh, der heilt sich. Minus rauf. Das war ich? Ja. Mir egal, was war. Oh Gott. Ich kann mich nicht bewegen. Ich bin total langsam. Kokain ist nach am Leben, oder nicht? Nein, Kokain ist nicht mehr da. Okay. Wohlan hat mich gekriegt. Ah, wohin. Wow. Oh, jetzt der Beinbruch weg. Der Beinbruch ist übrigens nur für kurz. Also der verschwindet. Ja, das ist so wie verstauchen. Wie es gestunnt. Ja, genau. Verstaucht. Das fehlt. Wir laufen grad im Kreis. Das ist dir schon klar. Hey, Jungs. Nicht hier. Wer kann denn hier als nächstes? Hallo? Wer dran ist? Oh. Oh. Oh nein. Aua. Das tut weh. Wer ist denn das? Wie weit denn ihr habt? Sag mal. Redet ihr nicht mehr mit mir? Nein. Ah, du Schwein. Ich kann mich nicht bewegen. Ihr seid hochgegangen. Oh, jetzt bin ich tot. Oh nein. Bei mir ist auch die CPU-Auslastung ganz hoch. Okay. Äh, daran lags. Also daran lags. Nicht nur der Puls, die CPU-Auslastung genauso. Das geht bei mir. Bei mir rödelt nur die Grafikkarte. Wie blöd. Ja. Du musst jetzt auf eine Etage einigen. Ja, haben wir grad. Ja, der war jetzt daneben der Schuss und das könnte dein Tod sein. Komm schnell schnell. Shit. Könnte. Nein. Nein. Master of Medic. Bei mir wird irgendwie der Nachladestümpel, da wird an der Seite angezeigt. Ah, jetzt bin ich hier runtersprungen. Ah, du bist runtergesprungen? Das ist gut. Seid ihr immer noch dabei? Ja. Bist du dabei? Bin ich da? Sind wir dabei, uns zu verlieren? Weg. Ja, du Assi. Schön hochfallen. Weg, Jack. Hör auf zu lachen, Pfeife. Hör auf zu lachen, Pfeife. Hör auf zu lachen, Pfeife. Wir müssen doch schon Ohrensaußen machen. Seid ihr ganz unten? Ja. Nein. Dann geh ich mal runter. Ah, jetzt hat er einen schönen Kopfschuss. Hast ihn erwischt? Nice. Seid ihr fertig? Ja, wir sind durch. Vielleicht haben wir... Ja, wir brauchen ein T-Shirt. Okay, wir wollen letzte Runde, wa? Ja, okay. Können wir nochmal... Irgendwie habe ich einen Grafikfehler gerade, da wird mir dieser Nachladepümpel an der Seite angezeigt. Okay. Irgendwie störend? Hat man wieder nach... Nö, nö, nicht unbedingt. Das ist jetzt... Sieht ein bisschen komisch aus, aber... Ich habe noch nie so viele Midi-Kids gebraucht. Ich stehe Südwesten. Ich stehe Südwesten. In welchem Stockfrag? Auf dem zweiten. Wieder mit der, ähm... Mit dem zweiten... Sieht man besser. Sieht man schlechter. Ich gucke... Du siehst Nordwesten, mein Freund. Naja, Nordwesten... Wie, wat? Na klar, hab ich gesagt. Südwesten. Südwesten hast du gesagt. Nordwesten, hab ich gesagt. Okay, es steht auch hier, dann geh ich runter. Äh... First. Ist du dann Nordosten? Ja. Gut. Genau. Gut. Böschi. Böschi. Letzte Runde in dieser Folge mit, äh... Schrotze. Drei, zwei, eins. Los. Alles ganz still. Ja. Ist auch alles ganz dunkel. Konzentriert. Ich hab extra Nacht gemacht draußen. Gott sei Dank. Einer ist durch Müll gelaufen. Wer ist denn hier der aus dem zweiten Stockwerk? Wo ist denn der hin? Einer? 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 Oh nein! Oh nein! Ich bin wieder reingerannt. Ja, da sind zwei. Oh nein! Hier ist ja noch Einer. Sind alle drei da? Ja? Ja? Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Ich seh nicht mehr durch. Oh nein! Ich steh fest! Ich steh fest! Scheiße! Oh ja, steck fest! Du stehst am Auto! Wer war das? Au, wer ist das? Das sind so schöne Fragen! Das ist doch scheißegal! Na komm! Na komm! Ist hier noch einer? Gibt's hier noch einen Blick nach oben? Ja, ne? Nein! Ich seh ihn nicht! Ah doch hier! Scheiße! Keine Zeigerung von zwei Seiten hier! Das ist nicht fair! Das ist nicht fair! Oh mein Gott! Lass mich rennen, Mann! Das ist doch... Oh ja! Ah, jetzt könnte er kommen. Macht, was er wollt! Oh, Schweine! Von zwei Seiten! Oh, wieso habe ich... Ich habe Munition in der Hand! Warte, ich habe keine Munition in der Hand! Du hast keine Waffe, du hast Munition in der Hand! Schmeißi! Wer ist denn das hier? Oh Gott! Ich kann mich nicht bewegen! Ich bin langsam! Oh, ihr seid echt Schweine von drei Seiten! Von drei Seiten! Ich helfe noch mit! Okay! Minja, ich helfe dir! Na, ich helfe dir auch gleich! Ich helfe dir, mein Freund! Ich werde dir helfen! Okay, ich helfe dir! Oh! Eine schöne Ladung ins Gesicht! Oh, jetzt sind wir alle hier oben, was? Ja! Oben ist nichts los! Wer, wer, wer? Ich sehe mich durch! Warte, wenn wir doch mal aufwärts! Ist doch nicht fair! Fingern! Oh, immer Kokain! Warum denn? Ja, warum denn nicht? Oh! Oh! Ach, scheiße! Jetzt habe ich es verpasst! Okay! Boah! Schön abgedrückt! Habe ich es geschafft? Mein Gott! Nein, ich bin noch am Leben! Ich bin noch am Leben! Ich bin auch am Leben! Ne, ne, ich sag nur, Wodan meinte ich! Ach so! Das ist schwitzig! Wir hatten jetzt noch ohne Aid-Kids, ne? Ne, mit! Boah! Toll! Das sagst du mir jetzt! Glaub ihm kein Wort! Genau! Ja, ich leg meine Waffe jetzt auch hin! Ist gar kein Problem! Ach, das ist, wer ist das? Okay, jemand der schießt! Das ist natürlich gut zu wissen! Guck mal! Hallo! Oh, Minja ist es auch am Start! Heißer hoch! Alle drei zusammen! Alles aber auch so schön! Die lädt so langsam nach! Da, Haki! Schill dir nicht! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Oh Gott! Ich bin aber auch richtig! Nein! Nein! Wie sie rumkrauchen! Nein! Auf dem Boden so winkend! Boah! Ja genau! Super! Dass sie da hinten hingehen! Ich stehe direkt davor! Ich bin so langsam! Oh Gott! Yes! Yes! Aber wie ein GG! Aber wie ein GG! Aber das ist schade! Oh Gott! Es geht mir grad die Pumpe! Ja Okay, nächste Runde andere Waffen würde ich sagen, beziehungsweise nächste Folge Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und wie gesagt, ihr könnt euch auch auf den anderen Kanälen die jeweilige Sicht des anderen anschauen Nächste Runde Raketenwerfer, herzlichen Dank Bis dahin Nächste Runde mit der Stone X Genau Tschüss